Jungs, diese kahle Decke erinnert mich an was? Dein Knastufenthal. Hallo. Kennen Sie das auch? Kein Bock auf Büro? Sie finden einfach Ihren Rhythmus nicht? Hundsmäßig schlechte Laune? Sie wissen nicht mehr, wo der Hammer hängt? Sie können Ihren Job nicht mehr sehen? Doch zum Glück ist heute Samstag und somit wieder Zeit für Feinweb, erwiesenermaßen nicht live aus dem Proberaum. Panik, bis es kracht. Irgendjemand fehlt hier. Die kahle Decke erinnert mich an unsere Frisur, Christoph. Ari ist da. Alex ist da. Die kahle Decke. Ich bin da. Irgendwas fehlt. Vermisst du den Monchi auch so sehr? Nein. Ja. Denk draus ist dein Chef, ne? Deswegen hat er jetzt auch gerade nachgedacht, so lange. Alles ist ganz so leicht. Ich war drei Wochen weg und habe so eine Blöcke. Ich habe vorher Heineken und Wälder gehabt und jetzt komme ich zurück und die haben irgendwie alles weg. Die singen nur über Wein, aber die ist auf dem heimlichen Bier, weil jetzt, keine Ahnung, was das ist, war eben im Kühlschrank. Das ist unter aller Sau, Jungs. Man kann nicht nur Heine und Wälderken saufen, man kann auch mal das trinken, was da ist, ne? Der Monchi, der Alex, vermisst dich ganz arg. Ja, er hat geweint. Philipp, du wolltest noch was sagen. In Bezug auf was? Ja, dass der Monchi nicht da ist. Das ist schon die drei Wochen bald, ne? Ja, und guck, was passiert hier drin, nix, ja? Wir hocken da rum, der Saufbier, nix passiert. Das ist wirklich wahr. Produktivität gesunken auf den Wert Null, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, minus 20. Ja, der Meister ist nicht da und die Gesellen machen, was sie wollen, so ist das halt, ne? Ja, ja. Wie kriegen wir die Zeit jetzt noch rum, bis er wieder kommt? Nee, wann kommt er? Noch eine Woche ist er weg, gell? Ja. Ich denke, in dieser Woche wird sich jetzt auch nicht mehr viel ändern. Man muss halt auch mal dann einfach nix machen, ne? Man muss die Tatsache ins Auge sehen, wir kriegen es auch von der Team. Man kriegen es nicht hin, weil wenn einer uns dann in den Arsch dreht, wird das nix, versteh ich? Wir haben auch Urlaub, verdammt doch mal, das steht uns zu. Es ist schon ein Armutszeugnis, wenn man seinen Urlaub hier im Proberaum verbringt, oder, Harit? Wie siehst du das? Also bei dir wäre ich sicher, dass du dich da rumtrickst, damit du daheim sitzen musst. Das stimmt. Ah ja, bei mir auch. Das denkst du, war ja klar. Entschuldigung. Wie süß. Also ich finde, Harit, das war jetzt so ziemlich das Schlauste, was du da hast. Das hast du gesagt, das hast du die ganze letzte 5 Minuten. Immer dieser Anfänger. Manche, it's süß. Party, bis es kracht. Hier heute bei FeidreTV kaufen sie hier das brandneue Ladegerät von FIF. Jawohl, genau. Und was haben wir noch im Angebot? Hier noch im Angebot. Den Heizlüfter getestet von unserem Produkttester Monchi LBG. Der nix davon wissen darf, weil ich glaub, es ist einer. Tja. Ja, monche Entschuldigung, wir haben ein bisschen aufgeräumt und haben gedacht, das Zeug muss raus. Also, Höchstbietende kriegt's, ne? Und das Geld dient zur Absicherung meines Lebens auch. Ja, ein Ami-Sau. Wenn du es anlegen, geht's mal weg. Aber du hast eher mit Batterie mit an. Und wir legen sogar noch Ohrschöpfel mit drauf. Und dieses schöne Kabel. Ja. Entschuldigung, Produktinhalt kann variieren. Fühlhöhe technisch bedingt.